KOSMOPOLIT Von meiner weitesten Reise zurück, andern Tags, wird mir klar, Ich verstehe vom Reisen nichts. Im Flugzeug eingesperrt, stundenlang unbeweglich, Unter mir Wolken, die aussehen wie Wüsten, Wüsten, die aussehen wie Meere, und Meere, Den Schnee wehen gleich, durch die man streift. Beim Erwachen aus der Narkose sehe ich ein, Was es heißt, über die Längen geradezu irren. Dem Körper ist Zeit gestohlen, den Augen Ruhe. Das genaue Wort verliert seinen Ort, Der Schwindel fliegt auf mit dem Tausch von Jenseits und Hier, In verschiedenen Religionen, mehreren Sprachen. Überall sind die Rollfelder gleichgrau und gleich hell die kranken Zimmer. Dort, im Transitraum, wo Leerzeit umsonst bei Bewusstsein hält, Wird ein Sprichwort wahr aus den Bars von Atlantis. Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle. Ein Kosmopolit sollte jemand sein, Der sich eigentlich in der ganzen Welt zu Hause fühlt. Das kann in diesem Gedicht aber nur ironisch gemeint sein. Von meiner weitesten Reise zurück andern Tags Wird mir klar, ich verstehe vom Reisen nichts. So weit weg war der Sprecher noch nie, Also mindestens auf einem anderen Erdteil. Natürlich versteht er etwas vom Reisen, Also was man alles zu tun hat, Wie alles so vor sich geht. Er versteht nur im Moment nicht, was es soll. Im Flugzeug eingesperrt, stundenlang unbeweglich. Das ist eben das moderne Reisen, Das Gegenteil von »Der Weg ist das Ziel«. Unter mir Wolken, die aussehen wie Wüsten, Wüsten, die aussehen wie Meere und Meere, Den Schnee wehen gleich, durch die man streift. Es gibt also keine Beziehung zu den Ländern und Landschaften, Die man überfliegt. Meere und Wüsten, die einmal für den Menschen Riesige lebensfeindliche Flächen waren, Die man als Reisender zu durchqueren hatte, Sind jetzt von einer Beliebigkeit und Auswechselbarkeit Wie die Wolken. Beim Erwachen aus der Narkose sehe ich ein, Was es heißt, über die Längen gerade zu irren. Die Narkose ist eine Art Reisenarkose, Wie die folgenden Verse erklären. Dem Körper ist Zeit gestohlen, den Augen Ruhe. Die dem Körper gestohlene Zeit hat die Reisenarkose Mit einer echten Narkose gemeinsam. Dass den Augen Ruhe gestohlen wurde, Wird nicht näher erklärt. Vielleicht in dem Sinne, Dass es einen Widerspruch gibt Zwischen der erzwungenen Ruhe des Körpers Und dem Fehlen von erholsamer Ruhe, Für die im Schlaf geschlossene Augen stehen würden. Im Flugzeug kann man aber auch schlecht schlafen. Das genaue Wort verliert seinen Ort. Der Schwindel fliegt auf mit dem Tausch Von Jenseits und Hier In verschiedenen Religionen, Mehreren Sprachen. Bisher konnte man meinen, Dass der Reisende nur das Fliegen nicht leiden kann. Der Aufenthalt in der Ferne hätte Unabhängig davon doch bereichernd sein können. Offenbar wird der Wert dieser Erfahrung Dadurch geschmälert, Dass das Jenseits und Hier So leicht eintauschbar sind, Dass die Heimat verschiedener Religionen Und verschiedener Sprachen So ohne echten Widerstand Nur, indem man einige Stunden Unbequem sitzt, Erreichbar sind. Dass für die Fremde Jenseits gesagt wird, Erscheint fast wie ein Versprecher, Als wenn aus Versehen Zum Ausdruck gebracht wird, Dass diese Art des Reisens Sogar Leben und Tod austauschbar machen. Das Ganze ist nur ein Schwindel. Die Fremde wird in dieser Art des Reisens Nur zu einer Art Disneyland. Das genaue Wort, Das auf diese Weise seinen Ort verliert, Muss man wohl als eine Art Sprachlosigkeit verstehen, Als ein Gefühl von Sinnlosigkeit, Das diese Erfahrung vermittelt. Überall sind die Rollfelder Gleichgrau und gleichhell Die Krankenzimmer Jetzt sind wir doch wieder Beim Fliegen an sich. Kein Wort darüber, Dass zwar die Rollfelder überall gleich sind, Dass Paris sich von Mumbai Aber vielleicht doch so weit unterscheidet, Dass es der Rede wert gewesen wäre. Aber überall kann man krank sein, Und Krankheit würde auch Vielleicht eine Reiseerfahrung Wertlos machen. Dort im Transitraum, Wo Leerzeit umsonst Bei Bewusstsein hält. Diese Grübeleien, Wenn man in einer leeren, Unausgefüllt verrinnenden Zeit Auf den Abflug wartet, Sind frustrierend und Umsonst, Also fruchtlos. Wird ein Sprichwort Wahr aus den Bars von Atlantis. Das nun folgende Sprichwort Ist natürlich eine Erfindung des Autors. Er legt es den Barbesuchern Des sagenhaften im Meer Versunkenen Inselreichs In den Mund, Als wenn unsere Art des Reisens Auf unseren eigenen Untergang hindeutet, Was mit dem Gedanken An die Klimafolgen Nicht abwegig wäre. Reisen ist ein Vorgeschmack Auf die Hölle. Reisen als solches? Im ersten Moment Könnte man als Leser Damit unzufrieden sein. Es bleibt doch eigentlich Bei dem einen Aspekt des Reisens, Nämlich der Art der Fortbewegung. Wie elend Fliegen auch sein mag, Von da aus ganz allgemeine Sinnlosigkeitsgefühle zu besingen, Erscheint ein bisschen unbefriedigend, Zumal man nichts darüber erfährt, Wie viel von diesem Gefühl Am jeweiligen Ziel noch Bestand hat. Aber es ist ja auch kein Essay, Sondern eine Art Momentane lyrische Wahrheit, Wenn einen der Wartebereich So ankotzt, Dass man in dem Moment Keine Hoffnung darauf empfindet, Dass der Ankunftsort Auch nur irgendeine Befriedigung Für einen zu bieten hat. Allerdings blieb dem Sprecher Diese Enttäuschung auch andern Tags. booster geckst, Noch ein kleines grape, das ist ja auch ein wir haben es ja auch ein ist ja auch ein wir haben es ja auch ein Lieblingsschutz, wir haben es ja auch ein Vielen Dank. Vielen Dank.